Willkommen bei Vic hier. Ich bin hier zusammen mit Granady. Wir spielen heute das Spiel Wer würde eher? Und ja, mal schauen, wie das Ganze abläuft. Wer würde eher geblitzt werden? Ja... Was ist das Kleid? Ich denke schon. Ja, kein Kommentar dazu. Mein Auto fährt gar nicht so schnell, um geblitzt zu werden. Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich wurde vor kurzem eventuell ein paar Briefe bekommen. Wer von euch würde eher seinen Rucksack vergessen? Was soll das denn? Ja, ich weiß nicht, wen die meinen. Ich brauche gar nicht zu gucken. Ich weiß auch gar nicht, was die Frage jetzt hier zu suchen hat. Wer würde sowas hier aber erst machen? Der Kerl sagt immer, diesmal habe ich alles dabei, aber... Ich hatte auch alles dabei, ich habe alles eingepackt. Ich hatte sogar extra eine Riesenliste. Aber dann habe ich halt die Hälfte von meinem Gepäck vergessen. Schwierig. Ich habe die Nachricht bekommen. Ja, ich bin ein Piep. Ja. Unlucky. Beim nächsten Mal dann. Wer von euch ist der bessere Tischtennisspieler? Was hast du genommen? Ja, ja, ja. Wir haben letztens beim Charity Race, haben wir so ein bisschen 1v1 gespielt. Es war relativ equal, aber... Ja, du hast halt einen Punkt mehr gehabt, glaube ich, oder so. Ja. Ungefähr. Weiß gar nicht mehr. Aber ja, wir spielen nicht viel. Also wir spielen gar nicht Tischtenniss. Noch nicht. Aber jetzt sind wir öfter hier und wir werden, also in einem Jahr... Vielleicht ändert sich das. Ja. Genau, genau. Facken sie einfach nochmal in einem Jahr. Mal schauen, wie es dann aussieht. Wer ist der bessere Trackmania-Fahrer? Ja, wir hatten ja einen 1v1. Es kommt halt immer drauf. Wir hatten mal einen 1v1. Wir hatten schon mehrere. Ja, aber ich habe auch schon mal ein anderes 1v1 gegen dich gewonnen. Weißt du das noch? Das war Ende 2020, Holiday Showdown. Aber das war auf einer Dortmund. Holiday Showdown. Ja, sorry, sorry, sorry. Da kommt Ego raus. Was hast du gewonnen? Ich gewonnen. Da kommt der Ego raus. Ne Erfahrung. Aber... Ich würde sagen, momentan gleich auf. Aber im direkten Duell ist es halt einfach so bisher gewesen. Dass ich ein bisschen besser war. Es kommt halt auch immer drauf an. Auf den Maps. Kommt auch auf den Maps drauf an. Kommt auch auf den Spielmodus drauf an. Aber im Vergleich zu anderen Teams sind wir schon relativ equal, würde ich sagen. Ja. So insgesamt. Wenn man wirklich alles gelangt rechnet und einen Platz nehmen würde, dann würde man so ungefähr gleich. Ich meine auch die letzten Team-DL-Seasons waren immer relativ equal. Ja. Also jetzt nie irgendwie Masse Erster, ich Letzter. Genau. Wer ist schneller tilten? Ich glaube, das ist auch relativ einfach, oder? Ja. Ja, ich tilte gerne. Vor allem, wenn gewisse Identities kommen auf den Team-Game-Maps, die ich nicht mag, oder wo ich denke, dass es nicht so gut ist für den E-Sport, ja, dann tilte ich auch schon mal gerne. Oder bei der Cup-of-the-Day-Map, wenn sie langweilig ist. Das stimmt. Wird auch mal auf den Tisch vielleicht gehauen. Ja, na gut, meine Stuhllähne hat auch schon mal was abbekommen, aber sonst bin ich eigentlich gar nicht so tiltet. Ja, ich eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es auch immer nur just for fun. Ja, klar. Aber das Ding ist, bei anderen Games bin ich viel mehr tiltet. Ich habe auch schon mal eine Weile LoL gespielt und CSGO. Da sah es schon ein bisschen anders aus, aber bei TM geht es immer. Vielleicht weil ich mit dem Lenkrad fahre und da verbrauche ich mehr Energie, da habe ich keine Kraft mehr zum tilten. Okay, I guess. Also in Trackmania bin ich auf jeden Fall der größere Tiltor. In anderen Games bin ich eigentlich ganz entspannt, CSGO und so. Bei mir auch gleich. Wer würde eher choken? Das Ding ist ja. Ja, ich mache einfach mal. Was hast du genommen? Ich habe mich. Ja. Also in den letzten zwei Monaten, immer wenn ich irgendwas gefahren bin, vor allem Cup-of-the-Day, das war grausam. Wirklich letzte Runde weggeworfen, ohne irgendeinen Grund. Also ich würde sagen, vor zwei Jahren oder so schon. Weil ich meine Spielweise, ich würde nicht sagen, ob ich es Choken nennen würde. Ich würde es eher so all in und so, als würde ich es mich nicht interessieren fahren. Aber so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich das deutlich verbessert, glaube ich. Ja. Und dadurch ist eigentlich ... Liegt vielleicht auch einfach an der Erfahrung. Aber eigentlich seit Arcadia ist eigentlich ... Du bist eigentlich doomed seit Arcadia. GG ist die Würmer. Jeder kennt den Fail, glaube ich. Und wenn nicht, dann sucht es euch raus. Arcadia, Fail, Granady. Painschamp. Ja. Wer ist der bessere Eisfahrer? Ja. Ganz am Anfang war es eigentlich clear. Ja. Würde ich auch sagen. Aber jetzt ist eher so equal. Ja. Vielleicht haben wir noch was anderes. Ich mache einfach immer noch mal. Ego. Ja. Okay, okay. Also ganz am Anfang ... Ich weiß noch, ganz am Anfang in Team-GL-Maps warst du so mit der Beste bei Ice. In der Team-GL. Weil du das nicht viel gegrindet hast. Und dann war eigentlich richtig gut. Aber so in letzter Zeit ... Also ich würde auch eher sagen relativ equal. Equal eigentlich. Aber ich fahre halt mehr Cup of the Days. Und ich fahre halt auch Ice Cup of the Days. Ja, du fährst aber auch ... Bei mir ist das so, wenn ich das Game spiele, außerhalb von Team-GL, ich spiele es so ein bisschen anders. Ich spiele so auf ... Ich habe meinen Spaß, ich bin on-voice und ich spreche einfach gerne mit meinen Mates, wie Spam zum Beispiel. Oder halt wir jetzt, denke ich, hoffe ich mal. Ja. Aber ... Ja, es ist schwierig zu sagen, weil Ice spielt man eigentlich fast nie um die Ice. Aber ... Ich habe viele Ice-Trials gefahren. Dank 69. Ich habe meine eigene Ice-Trials-Map gebaut. Und ich habe sie gefinished. Und du hast sie gefinished. Ja. Ja, aber overall ... Keine Ahnung. Equal. Wissen wir halt nicht, weil ... Wir fahren halt keine Ice-Zeit. Wir fahren kein Voll-Eis. Ja. Kannst du eigentlich ... Eigentlich ... Ganz ehrlich ... Gibt es keinen Clown. Wir wieder. Wer hat die bessere Peripherie? Ja, eigentlich eine ganz logische Frage. Ja, also ... Ganz klar eigentlich. Oder? Also, ganz klar. Also, wer real fährt, hat eigentlich im Leben ... Keine Ahnung, irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht. Der kann nicht mal Neos leiden. Also, ich weiß nicht. Das stimmt. Aber er kann halt nicht ohne Action-Key smoothsteam. Ah, doch, 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 doch. Ja ... Ich sage nur Tiny Gap Start. Also, ich weiß nicht. Tiny Gap Start? Ich weiß nicht, wer da immer gesmogt wurde. Aber ich glaube, das war nicht ich. Ich auch nicht. Selbst Trilux hat damals ... Trilux war nicht mal mein Caster. Und selbst er hat gesagt, ich war da krass. Ah, also ... Also, Pat ist deutlich besser. Du kannst Sachen nicht machen, die ich machen kann. Also, Leute, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wer Keyboard fährt, hat verloren. Wer real fährt, hat verloren. Das sowieso. Also, das ... Ja, real muss ich mich angewöhnen, weil du mein Teammate bist. Die Meta hat bloß noch keiner entdeckt. Das kommt noch. Das kannst du sehen. 2030 Team GL. 80% real Fahrer. Mhm. Hoffentlich sind 10 News gleich auf den A. Eigentlich hoffe ich es nicht. Bist du mein Teammate? Ja, mal schauen. Okay, Leute. Das war's mit den Fragen. Insgesamt waren wir uns eigentlich relativ einig. Außer so ein paar bei manchen Sachen. Aber ja, manchmal weiß Dennis halt nicht, was er antworten soll. Deswegen ... Okay, okay, okay. Es war relativ oft equal, sage ich jetzt mal schon. Ja, gut ausgeglichen. Wir kennen uns gut. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und ... Hit the bell. Oder? Hit the bell. Wenn ihr noch mehr Checkmania Videos sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Chatting. Chatting. Und sharet es auf Social Medias.